Hallo und herzlich willkommen auf Ausfahrt TV News. Ich bin ja ein Opel-Fan. Ich kann das auch sagen. Ich habe meine Ausbildung gemacht in einem Opel-Autohaus. Ich bin ein Opel-Fan. Ich mochte auch den Kombo, habe da immer Probleme gehabt mit der Kombo-Kerbe. Das ist der Ausschnitt am Fenster, wenn mich dann den Ellbogen rausgehalten habe, wie früher der Manta-Fahrer. Habe ich mir häufig mal den Ellbogen angestoßen. Und jetzt gibt es den neuen Opel-Kombo. Der wurde schon ein bisschen länger gezeigt, aber jetzt sind die Preise raus. Und den gibt es ja nur rein elektrisch, aber immerhin zwei Längen. Und dann habe ich mal so ein bisschen geguckt, was könnte er mich denn kosten. Und wenn euch das interessiert, dann guckt euch das Video jetzt einfach mal an. Also den Kombo-Elektrik, den gibt es in zwei Längen. L1 ab 38.600 Euro und die lange Version, sprich L2, ab 39.600 Euro. Wir fahren privat aktuell einen kurzen Caddy, sind damit nun über 13 Jahre mehr oder weniger gut gefahren. Bleiben wir also bei der kurzen Länge. Dann müssen wir uns die Frage stellen, GS oder nicht? Für 41.600 Euro bekommt man dann schon eine vollumfängliche Ausstattung. Wählen wir also die GS-Variante. Bei den Antrieben bleibt es allerdings bei der Einheitskost. Sprich, wir haben den 100 Kilowatt starken Elektromotor, die 50 Kilowattstunden Batterie, den WLTP-Verbrauch von 18,3 Kilowattstunden auf 100 Kilometer und eine mögliche Reichweite, ja ja, wenn man wirklich viel Glück hat, von maximal 341 Kilometern. Schluss mit Vortrieb ist übrigens bei Tempo 132 kmh. Und als ich das meiner Frau erzählt habe, hat die mir sofort den Riegel vor die Kaufentscheidung geschoben. Niemals, hörte ich sie noch sagen, bevor sie den Raum verließ. Daher mal die Frage an euch. Wäre euch das heutzutage noch wichtig? Also braucht ihr ein Auto, was schneller fährt als 130 kmh? Ja, ich bin kein Sparbrötchen, aber ein Fan von weißen Autos, da meine Frau nun sowieso raus ist. Die hasst nämlich weiße Autos, würde ich nun bei der Farbe bleiben, die im Preis inbegriffen ist. Alle anderen kosten 700 Euro Aufpreis. Ich würde auch bei den 16 Zoll Stahlfelgen mit Rattkappen bleiben. Für 450 Euro gäbe es optional 17 Zoll Alufelgen, aber die Reifen kosten später mehr, es ist unkomfortabler und unterm Strich wird die Kiste ja auch schon so teuer genug. Gegen Aufpreis gibt es nur noch den Drive-Assistenten, ein Glasdach, die Vorrichtung für die Anhängerkupplung. Schnell könnte man in Richtung 45.000 Euro gehen oder es auch einfach weglassen. Es ist ja immer so, in der Basis sind sie relativ günstig und dann holt man sich so ein paar Optionen dazu und dann wird man relativ schnell teurer. Wobei ich das finde, das haben sie bei Opel ganz clever gemacht mit den Lösungen quasi, mit den Modulen, die man da quasi nehmen muss. Für mich allerdings ein Pflichtkauf ist definitiv das Winterpaket, denn ich will da im Winter nicht frieren. Das Winterpaket kostet auch nur 300 Euro für mich, somit ein absoluter Pflichtkauf, genau wie unser Produkt des Monats hier oben im Video und unten in der Beschreibung verlinkt. 500 Euro würde ich noch für das Techno-Paket investieren, denn ich hätte gerne die Vernetzung via Apple CarPlay & Co. und so lande ich dann unterm Strich bei 42.100 Euro für einen elektrisch angetriebenen Opel Combo und da muss ich ehrlich sein, da bin ich raus. Ich liebe Autos mit Schiebetüren, die sind für Familien das Beste, was man sich anschaffen kann. Ich habe ein großes Faible für Hochdachkombis, aber unser Caddy hat damals nicht mal die Hälfte gekostet. Zugegeben, den bekommt man auch nicht mehr für den Preis, aber irgendwo muss ich auch Abstriche machen. Das Facelift finde ich richtig ansprechend, aber für mich persönlich passt der Preis nicht zu der angebotenen Leistung. So, was sagt ihr zum Facelift, was sagt ihr zum Preis? Würde mich mal wahnsinnig interessieren, schreibt es mal unten in die Kommentare. Lasst uns gemeinsam diskutieren. Auswahl TV News ist ja, bleibt ja keine Einbahnstraße. Ich liebe den Dialog mit euch und dementsprechend schnell was unten reinschreiben, Like da lassen, Abo nicht vergessen und dann machen wir uns gemeinsam schönen faulen Lenz. Bis zum nächsten Video, euer Jens. Ciao. Ich liebe den Dialog mit euch.